Tieren helfen ist mein Job, dafür will ich auch kein Lob. Ich helfe den Tieren, wo es geht, helfe doch mit Siss, nicht zu spät. Zusammen kriegen wir das hin, Tieren helfen, das macht Sinn. Hallo liebe Tierschützer, heute geht es um Ben. Ben kam aus dem Tierheim Wollerberg zu uns. Dort war er gelandet, weil sich sein Besitzer mit ihm überfordert fühlte. Mit Sicherheit hatte dieser Mensch den Ben auch nicht gut behandelt, denn er ist bis heute ein sehr misstrauischer Hund. Ben kann zur Zeit nicht vermittelt werden, denn er muss erst einmal wieder lernen, den Menschen zu vertrauen. Unsere Menschen werden mit Ben trainieren und versuchen ihm zu zeigen, dass es niemand mehr Böse mit ihm meint. Ich werde natürlich auch nochmal mit ihm reden. Damit Ben bei uns immer gut versorgt ist und es ihm nie an etwas mangeln muss, sucht er Paten, die ihn finanziell unterstützen. Also Leute, jetzt seid ihr dran. Wer Interesse hat, eine Patenschaft für Ben zu übernehmen, kann auf den unten stehenden Link klicken. Ich zähle auf euch. Bis bald, wenn es wieder heißt. Bis bald, wenn es wieder heißt.